Was geht ab meine Damen und Herren, mein Name ist Teddy und ich heiße euch herzlich willkommen zu den ersten Fresh or Lash Awards. Nicht ganz, vorher macht es natürlich erst einmal Sinn, euch den gesamten Ablauf der Awardgeschichte zu erläutern. Falls dir der Name Fresh or Lash nicht sagt, findest du in der YouTube-Beschreibung zwei Videolinks, die dich auf Trab bringen und dir alles Grundlegende erklären. Die beste Community meines Lebens hat im Jahr 2019 insgesamt 667 Singles und 137 Alben bewertet. Nun gilt es mit Hilfe der vorliegenden Statistiken, die jeweils besten und schwächsten Werke zu ermitteln und auszuzeichnen. Wie das Ganze ablaufen wird, erkläre ich euch jetzt. Diverse Werke haben sich also in der Fresh und Lash Liga bewiesen und sind nun für die Awards nominiert. Jetzt wäre es an der Stelle natürlich viel zu langweilig, einfach nur die bestplatzierten Interpreten auszuzeichnen und deshalb habe ich mir ein kleines Spielchen ausgedacht. In Form eines Pokalsystems ermitteln wir die Sieger in den Kategorien Fresh Album des Jahres, Fresh Single des Jahres, Lash Album des Jahres und Lash Single des Jahres. Denn wie bereits im Erklärvideo der Fresh or Lash Charts beschrieben, basiert das Konzept auf den Schlagsatz Rap ist Sport. Und was wäre dann besser, als die Freshsten der Freshsten und die Lashsten der Lashsten im K.O. System gegeneinander antreten zu lassen? Ich glaube nichts. Zum Verständnis spielen wir am Beispiel der Fresh Album des Jahres Kategorie einmal das Prozedere durch. In dieser Kategorie haben sich insgesamt 20 Werke qualifiziert. In vier Runden wird der Sieger und damit das beste Album des Jahres ermittelt. Um einen sauberen Ablauf im K.O. System gewährleisten zu können, muss die Album-Freshlist in drei Teile aufgeteilt werden. Der erste Teil, aka Teil Grün, besteht aus Platz 1 und Platz 2. Die beiden Platzierungen starten direkt in der zweiten Runde und bekommen jeweils auf der linken und der rechten Seite einen festgelegten Platz im System. So stehen sich die Bestplatzierten, wenn überhaupt, erst im Finale gegenüber. Der zweite Teil, aka Teil Grau, umfasst Platz 3 bis Platz 12. Dieser Teil startet ebenfalls sofort in der zweiten Runde. Anders als im ersten Teil bekommen diese Exemplare jedoch keinen festgelegten Platz, sondern werden gemeinsam in einen Topf geworfen. Im Losverfahren werden nach und nach die Plätze und Paarungen der Exemplare ermittelt. Der dritte und letzte Teil, aka Teil Rot der Freshlist, umfasst Platz 13 bis Platz 20. Diese Exemplare werden ebenfalls gemeinsam in einen Topf geworfen. Anders als im zweiten Teil müssen sich diese Exemplare zunächst in der ersten Runde beweisen. Die Plätze und Paarungen werden auch hier nach und nach im Losverfahren ermittelt. So wird das System gefüllt. Je nach Kategorie und Umfang der Fresh- oder Lashlist variiert das Prozedere. Ich denke, anhand des Beispiels ergibt sich weiteres, wenn es zu entsprechenden Losungen kommt. Das Losverfahren wird in Form von Videos dokumentiert, die teils hier auf TeddyHört und teils auf dem Fresh-or-Lash-Kanal veröffentlicht werden. Die erste Ziehung für die erste Runde in allen Kategorien wird am Sonntag, den 19. Januar 2020 um 12 Uhr hier auf TeddyHört veröffentlicht. Um 13 Uhr starten dann die ersten Matches in der Insta-Story at TeddyFilms. Der weitere Ablauf wird kontinuierlich im aktuellsten Video der Fresh-or-Lash-Awards erläutert. Deshalb rate ich euch, diesen Kanal sowie auch den Fresh-or-Lash-Kanal zu abonnieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, folgt den Instagram-Pages at TeddyFilms und at Fresh-or-Lash, um auch wirklich alles rund um die Fresh-or-Lash-Awards mitzukriegen. Verbreitet das Wort, denn umso mehr Meinungen wir haben, desto bessere und repräsentativere Ergebnisse werden erzielt. In diesem Sinne, mögen die Spiele der Fresh-or-Lash-Awards beginnen. Wir sehen uns.